First Dates. Du bist auf der Suche. Eigentlich suche ich einen Traummann hier. Ja, er sitzt schon da. Ah, okay. Sehr sympathische Frau und genau mein Typ. Neue Woche, neues Liebesglück. Ich freue mich gerade so, dass du du bist. Dass ich dich bin. Oh, das ist so schön, da kommen gleich die Träne. Ich erkenne, dass da was knistert. First Dates. Ein Tisch für zwei. Montag bis Freitag, 18 Uhr.